hallo willkommen zurück zu fallout 4 weiter geht die suche nach den corkis wir müssen glaube ich irgendwie erstmal raus hier exit hat exit ist auf jeden fall auf der seite naja doch hier rum ok dann laufen wir hier rum halt die schnauze hier ist der ausgang glaube ich so wie das aussieht muss man eben gucken auf der karte dann geht es hier rum und dann schauen wir mal ob wir die anderen finden sollte nicht das problem sein eigentlich wahrscheinlich war sie da gar nicht hin oder oder doch ja doch geht ok dann noch ein blümchen hier feste blümchen hier ist noch was na hab blume jetzt bis das schon wieder wieso muss das schon wieder regnen gibt es ja gar nicht scheiß regen ein paar marken so hier ist auf jeden fall schon mal der nächste irgendwo das symbol wird ja angezeigt so eine frage wo der dingen ist da oben irgendwo wahrscheinlicherweise irgendwo hinter der wand hier weg muss das ding irgendwo hier sein der corky den brille müssen wir noch auf haben das ist ja vielleicht hier oben drauf komm ich da hoch hier komme ich hoch aber hier ist nichts will es auch nicht weiter da rein laufen und ich da hängen bleibe oder sowas ist dann nämlich auch nicht schön und wieso muss da ganz regnen dann sehe ich doch wieder nichts manch da ist kein corky drauf gemalt an der wand ist auch nichts ah ding muss ja irgendwo sein ist halt meistens immer in der nähe wo das symbol halt ist Lieblingsdeputy 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 ich hab gar nichts gemacht ich bin ganz lieb willst du dich damit wirklich abgeben ja werde ich wo müssen wo ist halt kack ding hier muss halt kack ding hier muss irgendwo angemalt sein hier hat denn gesuche da muss da irgendwo sein da werde ich nämlich hier hinlaufen wird er nämlich angezeigt hier da aber wo weil hier ist nämlich nichts weil das ist auch nichts das nur so ein herz hier sind auch nicht drauf und jetzt verschwindet da dingen vielleicht muss ich ja hier hinter dann äh dann latschen einfach mal hier rum vielleicht ist er hier in uns in die ecke rum irgendwie irgendwo versteckt also hier schon mal nicht sollen dann Korki sein bitteschön hier ist nix also renne ich hier wieder rum wie nix wieder wie so ein aufgescheuchtes Huhn wieder wie so ein aufgescheuchtes Huhn und ich finde nix da bin ich schon dreimal dran vorbeigelaufen da bin ich schon dreimal dran vorbeigelaufen war ich hier irgendwo an der wand er kann ja auch nicht das ist ja blödsinn warum sollen wir denn vor dem park machen oh hier ein pilz nehmen wir auch noch mit ja hier ist nix die wollen mich verarschen wieder mal ach immer der gleiche gucken wir mal hier da ist auch noch einer wir müssen zwei stück sein aber wo ich lauf mal hier ab da waren wir gerade schon drin ich meine normalerweise müsste das irgendwann in der nähe sein war bei den anderen ja auch so hier hinter vielleicht naja auch nix ok da nicht also hier ist nix hier in der wand ist auch nix vielleicht da oben drauf nö auch nicht hier an der wand vielleicht ach guck mal wir haben noch eine kiste übersehen also ich will das nicht mitnehmen aber du bist der boss ja wenn du nicht mitnehmen willst denn was du wo mitnimmst das ist mir doch scheiß egal da wird ja wohl nicht aufm berg sein da oben ha kann ich mir eigentlich nicht vorstellen ich lauf mal weiter in die richtung hört der regen vielleicht nochmal auf wäre ganz schön was 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 ich sehe die wo kommen die denn jetzt alle her die wohnen hier die rache des fischmann ja schön interessiert mich noch nicht dafür mal lieber weil der so blöde scheiß cocky ist er muss doch hier irgendwo sein hier ist nämlich gar nichts hier hinter vielleicht kann ja auch nicht kommt man ja gar nicht hin hat man den schon den hatten wir schon ja hier ist nichts hier war ich nämlich auch schon hier fusionskern auch schon wieder leer nach wie man der gleiche schön wo ich schon immer haben so eine new cup pommes schmeckt ihn genauso verstrahlt muss ich jetzt da reingehen um da ding zu finden oder was anscheinend schreit mich nicht so ins ohr aua der spinnt ja wohl mir scheint nicht so ins ohr zu schreien ey was soll er da eigentlich hätten wir jetzt ein bisschen anpassen können die stimme ich muss hier rein warum muss ich da rein das ist ja quatsch sagt er mal wieder raus ich glaube auch nicht hat irgendwo im cork hier drin ist wie man ja sieht er lässt mich ja wieder raus von daher gucken wir mal draußen ob da irgendwo in der nähe ist vermute ich nehme ich mal her ich meine ich hatte auch irgendwo ein gesehen also ich ja so rumgelaufen bin immer hier die kiste war noch gar nicht gesehen sehr toll natürlich wird nämlich hier angezeigt wie man ja sehen kann da unten ja guck mal hier aber auch noch gar nicht rausgeholt ich will auch gar nichts von dir ich will die corkis finden die hier eigentlich irgendwo sein sollen aber wo ne auch nicht haben sie die schon abgeputzt oder was ja toll bin ja draußen ich will doch gar nicht da draußen ich will so blöden dinger finden so da wird angezeigt also das signal da unten jetzt ist es weg das heißt also das ding muss irgendwo hier sein nicht verboten sie dazu zu bringen sich was zu tun aber wo komm corki zeig dich fieberblüten ja warum hab ich mitgenommen direkt mal mit neben dem rummel ja das hat so blöd soweit kannst du alles absuchen nach so einem blöden bild und wer weiß was da zu finden ist das zukommen der dunkel ist es ist dunkel es regnet macht dann nicht wirklich spaß max und william sind ziemlich streng aber wenn du den job erledigst kümmern sie sich um dich ist klar hey du darfst regnen ja ja hab ich auch dabei geholfen ich muss wohl sagen dass er voll die blöde quest eigentlich ist ja wer weiß das schon will ich auch gar nicht wissen was die daraus machen wollen wahrscheinlich alles wo sollen diese kackten seien hier ich seh nix ich seh ja keinen corki ich lauf schon zum dritten mal im kreis rum hier ich mein normalerweise sind die ziemlich einfach zu sehen die dinger weil das gebäude muss ich normalerweise nicht rein halt die fresse oh man ey der typ nervt mit seinem ständigen äh gewerbe da wo soll denn hier ein corki sein ich seh ja alles mögliche nur was ich haben will echt was denn blödsinn schön die kiste auch gleich leer gemacht achso beute ja toll ich will keine beutekiste wie wissen wir dass das scheiß corki ist ich finde da dinge nicht das kann nicht so schwer sein man 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 gibt's gar nicht die kiste eigentlich geht's